Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr könnt es heute schon sehen, wir werden heute mal Powerplay spielen, ich glaube ich habe noch nie Powerplay auf meinem Kanal gespielt, keine Ahnung warum, aber heute ist mit dabei einmal der Lundi, was geht? Ah moin, was geht ab? Yo, Lundi ist am Start und Smith Lee, what's up Smith Lee, he is one of the best English speaking players from North America, what's up? Hello, how are you doing? Yo, yo, I can show his profile, Leute, das ist sein Profil, 31.000 Pokale, Platz time Powerplay Und Leute, ich würde sagen, wir gehen in das erste Game, let's go Okay Leute, wir sind im ersten Game und die Gegner spielen, ne, ja, spielen eine ähnliche Kombo, zumindest sie spielen auch die Boxering Aka-Rosa Die gehen alle Mitte, wow, die gehen alle Mitte, damn Okay, sehr gut Okay, okay Oh, nice, du hast überlebt, Lundi ist sehr, sehr stark Okay, die Chesslinge hat Fischen Oh, wir gehen in, Leute, wir gehen in Okay I'm gonna leave Nita, she doesn't have Bear Okay, okay, perfect Oh, Lundi, oh, I almost killed her It's fine, it's fine I got her Yeah We just ignore Nita, we go ignore her, just damage the same Yeah, yeah Oh, she has Bear, somehow Oh, no She just got Bear I killed her, yeah Okay I'm leaving Nita Okay Wait, wait, I'm at the risk Russ is going to the safe Yeah Okay, we Guess he's going to the safe as well Okay Come on, come on Yeah, GG's on, 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 we don't have an epic game But, no That's not, that's not very sure Yes, that's not very hot and, like I said, sorry that we have Englishmen, but Swiftly, play with him this season powerplay with, probably with another one Can we find someone else und ja und nix season auf jeden fall auch also nix season durch powerplay 3 haben aber weiter geht es leute dafür ich denke mal manche werden so die basics verstehen wie gesagt kann noch bisschen englisch lernen let's go und wir spielen gegen nita boxer und sandy okay let's go eine klein bisschen wieder kommen also sandy werde ich niemals ein heißes spielen ist komplett lost all right primos hiding on that wall okay okay let's go nice boxers don't okay all right i'm gonna place in place grass right here okay like we gotta go for the epic wind so you guys get on safe and like i'll just defend okay okay i think i can defend better about here yeah but like you do more damage than me though yes that's true that's true all right oh no i got stunned nevermind i'm just gonna finish safe okay okay i'm coming i'm coming let's go perfect perfect epic wind let's go loyde okay leute wir haben jetzt einmal gewonnen und jetzt noch mal gewonnen epic win sehr schön und jetzt drittes game leute wünsche uns glück ok leute ist im dritten game und spiele fast die gleiche kombiniert sie haben nita statt rosa also nita mit stun bear seid heftig seid heftig ist noch relativ gut okay 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 we still have good control okay 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 we still have good control nice i oh no i died okay i got him i got him okay he couldn't use stun perfect perfect there's dead all right i'm gonna try and get the get them both nice 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 ok 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 let's go let's go leute ok perfekt zweimal zweimal epic win plus 33 einmal normaler win die ersten nita waren haben es relativ gut gemacht keine ahnung warum aber leute sagen das ist auf jeden fall mit mir normalen wirklich sehr spontan ist wie du laden die oder aber eigentlich ganz so und das um diese uhrzeit ja also ihr könnt es sehen um wie viel uhr gerade auf ist ja können im shop sehen acht stunden 15 im shop du bist gerade fast zwei uhr ich würde sagen die kaufen auch noch auf entspannt mal ein hoches baum wollte ich auch noch ein video mal machen machen jetzt einfach content creator kann ich sagen wir benutzen mal an die leute benutzen mal hier den herr der kotlandi grüße gehen auf jeden fall raus könnt ihr gerne auch benutzen oder und so weiter können uns noch den hohes bau let's go und ja können es auch noch kurz ein screenshot let's go der skin ist echt geil und ich würde sagen das war's für ein video auf jeden fall wenn euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall daumen nach oben da wenn ihr mehr videos sehen wollt mit landi oder smith wieder mit anderen extrem extrem krassen spielern schreibt es gerne in den kommentar abonniert gerne meinen kanal check gerne landi aus check gerne smith flie aus ich werde youtube kanal und twitter account von smith flie verlinken checkt gerne ab und ich würde sagen ich bin raus bis im nächsten video haut rein leute ciao